Wie bitte? Willkommen. Ich nehme an, du hast dich schon eingelebt. Sei besser vorsichtig. Ich trau dem Kerl nicht. Ähm... Sehr schön. Wenn ich mich wieder beruhigt habe, können wir gleich über deine Kapitäns-Taufe reden. Jetzt, nachdem Stahlbart uns verlassen hat, wird es recht leer hier im Haus der Kapitäne. Du weißt, dass Stahlbart tot ist? Ja, mein großer Verlust. Nun, leider nicht zu ändern. Du hast das Erbe von Stahlbart angetreten. Also wirst du auch seine Pflichten übernehmen. Deine Kapitäns-Taufe muss erst einmal gehörig gefeiert werden. Ähm... hä? Moment mal. Ich werde hier gar nichts übernehmen. Wie erwartet. Rebellischer Trotz und Widerstand. Du bist einer der letzten Piraten-Kapitäne der Südsee, mein Junge. Eine große Verantwortung liegt auf deinen Schultern. Also, vollziehe mit mir das Aufnahmeritual deiner geistigen Väter. Aus einst so glorreichen und besseren Tagen. Naja, vorsingen glaube ich zwar nicht, aber vielleicht kommt ja eine spannende Reaktion, die etwas über seine finsteren Machenschaften hier erfahren lässt. Muss ich jetzt was vorsingen? Eine Schande ist das. Du dämlicher Ochse hast keine Ahnung von unseren Traditionen, oder? Naja... Ach, vergiss es einfach. Ich werde mich wohl an die Gepflogenheiten der neuen Generationen gewöhnen müssen. Du kanntest Stahlbart gut? Das kann man wohl sagen. Damals, als ich selbst noch Kapitän war, kaperten er und ich oft gemeinsam die Schiffe des Königs. Du warst damals noch ein kleines Mädchen. Und nach unseren Erfolgen ließen wir in den Tavernen der Südsee die Puppen tanzen. Ja, ich kann mich erinnern. Das sind Geschichten, die ich lieber verdränge. Aber Stahlbart war nicht zuletzt deshalb einer der berüchtigtsten Kapitäne, weil er kodextreu war. Schreib dir das ruhig hinter die Ohren, Junge. Werde ich machen. Ach übrigens. Ich habe deinen Streit mit Slane mitbekommen. Ja, Slane ist dein Hundesohn. Der wird's auch noch lernen. Und wenn er hier die nächsten Jahre versauert. Oh, ich weiß schon. Du redest vom Blutopferdolch. Slane ahnt nicht im Entferntesten, welche Macht er in seinen Händen hat. Der Blutopferdolch ist eine gefährliche Waffe, die in den falschen Händen Verheerendes anrichten kann. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihm die Augen zu öffnen, wenn es nicht schon zu spät ist. Es gibt aber einen Grund, der Zusammenarbeit schon befördern sollte. Und zwar... Ich will Mara bekämpfen. Das ehrt dich. Viel interessanter ist allerdings, wie du gegen sie kämpfen willst. Mit dem Blutopferdolch. So? Und du glaubst, das ist schon alles? Wenn du nur mit dem Dolch Mara die Stirn bietest, wird sie ihn dir in den Rachen schieben. Was schlägst du vor? Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Jetzt ist es an dir, unsere Fehler zu korrigieren. Was ist damals denn alles passiert? Was habt ihr damals bloß verbrochen? Ich selbst war es. Der Stahlbart zum Wassertempel entsandte, um seine verborgenen Schätze zu heben. Und so fuhren die drei anderen Kapitäne unter Stahlbarts Führung in ihr Unheil. Sie entrissen dem Tempel die vier Titanen-Artefakte und weckten damit ein Ungetüm, wie es die Welt noch nicht gesehen hat. Du hast sie losgeschickt? Ja. Stahlbart, Crow, Garcia, dieser störrische Esel Slain und ich haben regelmäßig im Rat Pläne geschmiedet. Der Wassertempel sollte einer der größten Erfolge der Piratenwelt werden. Ironie des Schicksals, würde ich sagen. Und seitdem lastet auf Stahlbart dieser lästige Fluch, der jetzt an mir hängt. Ja. Und er wird dich verfolgen, solange Mara existiert. Und das ist noch nicht alles. Sie sind alle verflucht. Alle vier. Jeder auf seine ganz eigene Weise, mein Junge. Hüte dich davor, Mara in die Falle zu tappen. Sonst teilst du vielleicht eines Tages das Schicksal Stahlbarz. Entschuldigung, wenn ihr mich gerade kusten gehabt hört. Aber wie gesagt, ich bin ein bisschen krank. Ähm. Ah ja. Lass mich mit Slain auf die Jagd gehen. Ha. Ihr beiden seid Kindsköpfe. Zwei Kamele in der Wüste der Selbstüberschätzung. Auf der Suche nach Erkenntnis. Komm schon, störrischer alter Kauz. Nein. Solange Slain seinen Teil des Deals nicht erfüllt, wird er keine Ausrüstung erhalten und in meinem Hafen bleiben. Das ist allerdings ein gutes Argument. Wie soll ich meinen Pflichten nachgehen, wenn du mich nicht lässt? Du bist wirklich schwer von Begriff, Junge. Wenn wir jetzt auch noch auf den Kodex pfeifen, sind wir ohnehin alle dem Untergang geweiht. Slain hat den Dolch. Und er wird ihn mir bringen. Und was soll ich deiner Meinung nach bis dahin machen? Du hast sicher noch andere Aufgaben, um die du dich kümmern musst. Oder glaubst du wirklich, dass du schon bereit bist, Mara anzugreifen? Naja. Mach, was du willst. Slain soll sich an den Deal halten. Und das ist mein letztes Wort. Hm. Ja. Apropos. Wo ist dieser Wassertempel? Das kann ich dir leider nicht sagen. Nur Stahlbart wusste, wie man ihn findet. Ja, das klingt nach ihm. Er hat nie jemanden getraut. Nicht zuletzt darum machte ich ihn damals zum Anführer der Kapitäne. Verstehe. Tatsächlich. Ja, tatsächlich verstehe ich. Ähm. Ja, das reicht fürs erste Mal. Können wir hier irgendwas klauen? Karte. Dankeschön. Piratenkodex. Die acht Regeln des Piratenkodex. Erstens. Das Wort des Kapitäns auf seinem Schiff ist Gesetz. Zweitens. Wer es findet, darf es behalten. Drittens. Schlage niemals einen guten Kampf aus. Viertens. Der Zweck heiligt die Mittel. Fünftens. Deal ist Deal. Sechstens. Im eigenen Hafen wird kein Krieg geführt. Siebtens. Bei einem Duell im eigenen Hafen müssen beide Gegner zustimmen. Achtens. Wer gegen den Kodex verstößt, wird entehrt oder getötet. Na, Suppi. Na, Suppi. Wieder kühl. Du bist wirklich selten dämlich. Ja. Direkt vor meiner Nase. Ja, halt's Maul. Halt's Maul. Du bist auch nicht besser. Du wolltest deinen ganzen Tempel blinden und da bist es auch noch schief gegangen. Ich hab mich zwar erwischen lassen, allerdings nicht von einer Dämonen-Gettin. Also, Grace. Übrigens. Fragen wir mal alles nach drei durch. Erzähl mir mal was über den Admiral. Früher war er ein gefürchteter Piratenkapitän. Ein Schlitzohr mit Prinzipien. Er sagt immer, dass sein Piratenkodex, nachdem er lebt, ihn hierher geführt hat. Er ist sehr stolz auf seinen Ruf und seine Stadt. Okay. Wie gut kennst du Kapitän Slane? Er ist einer von der Sorte, der eine Frau um seinen Finger wickeln kann. Ich bin auch schon auf ihn hereingefallen. Und wenn ich ehrlich bin, würde er es wahrscheinlich wieder schaffen, mich einzufangen. Vielleicht können wir uns die 100 Gold, äh, 1000 Goldstücke sparen. So gut. Ah, Mist. Dafür. Mist. Also, bevor wir, äh, mit der, Moment, wie viel Geld haben wir? 2000, das würde uns zwar nicht wie ein Dolch ins Herz treffen, da wir dann kein Geld hätten oder so. Aber es ist halt schon nicht schön. Oh, ist nochmal Slane, das Schiff. Ich glaube, es ist eh das. Ja, vielleicht kannst du Grace nochmal um deinen Finger wickeln. Hä, alter Junge? Lass uns bald hier abhauen. Ach, Mann, oh, das ist die Möglichkeit, gibt es nicht. Ha. Also. Wenn ich das jetzt richtig verstanden... Hast du noch was zu sagen? Ne. Sei doch froh, dass du auf Antigua bist. Es gibt kaum ein... Hm, ich werde jetzt nochmal mit ihm reden. Und wenn der nichts Gescheites sagt, dann... Weil ich jetzt mal das Minispiel mit Donovan machen muss, glaube ich nicht. Du würdest aus Ergefühl kein Gold nehmen? Unsinn. Das habe ich nicht gesagt. Ich will nur keinen Ärger mit dem Admiral wegen ein paar lumpiger Münzen. Da musste ich dir schon etwas Besseres einfallen lassen. Ja, es gibt was. Der Admiral ist ein harter Hund, was? Er war der beste Piratenkapitän, den ich je kennengelernt habe. Er war? Heute nennt ihn jeder Admiral. Er ist nun der Chef dieser Stadt. Wer kann das schon von sich behaupten? Du wirst gut beraten, wenn du ihn mit Respekt behandelst, mein Junge. Okay. Dann kommen wir nochmal auf deine Kanonen zu sprechen. Du gibst wohl nie auf, was? Stimmt. Nein. Du wirst langsam lästig. Ich werde mich wegen dir jedenfalls nicht mit dem Admiral anlegen. Wir werden schon einen Weg finden. Wie auch immer. Ich habe hier zu tun. Okay. Meiner Meinung nach. Grace. Zinschicken. Und dann. Du willst doch hier nichts klauen. Nein. Ich schaue mich nur mal um. Okay. Ich schaue mich nur mal um. Ich schaue mich nur mal um. Hier gibt's was allerdings. Ich sehe sofort, wenn du was klaust. Ja, ja, ja. Werden wir noch sehen. Ich bin kein Schmied. Ja, tut mir leid. Ich bin kein Schmied. Schleichen macht nur Sinn, wenn einem dabei keiner zusieht. So, jetzt werden wir doch mal sehen, ob wir ein Schleich... Oh, Schleichmeister sind. Der Pokal ist noch mitnehmbar. Das Messer. Der Pokal und der rote Apfel da hinten. Und die verschlossene Truhe natürlich. Fechtschwert. Ja, hier sind wirklich ein paar rote Sachen. Okay, hier ist nichts mehr. Also, Truhe. Ja, easy going. Pass, danke. Fackelgrog, Schwertholing. Wollt. Mal. Es geht, es geht. Nein, Nacke. Wie kommst du denn da rauf? Also, Grace. Lass uns über was anderes reden. Ja, 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 ja. Ich möchte nur schauen, was der zu sagen hat. Mund. Übrigens. Wie kommen wir nochmal... Ah, ja. Seekarte. Antiguor. Gut. Okay. Also. Hast du viele Kunden? In den letzten Monaten war es nicht sehr ergiebig, muss ich zugeben. Kapitän Slane war der erste seit vielen Tagen, der in unserem Affen einlief. Und das restliche Gesindel der Stadt hat kein Geld für gute Handwerksarbeit. Slane war bei dir? Ja, aber er hat augenblicklich leider keine angemessene Wertschätzung für meine Waren. Ich glaube, er hat ganz andere Sorgen. Das kann ich mir vorstellen. Was weißt du von Slanes Sorgen? Ihm fehlt der Nachschub. Kanonen, Pulver, Wasser, das Übliche. Und solange Alvarez das Handelsverbot aufrecht hält, wird er nicht wieder ablegen können. Sagst du. Ich sehe das ein bisschen anders. Denn einen Schmied zu überreden ist nicht das Schwerste, weißt du. Ich werde es speichern und nachher nicht mehr. Hier, hast du dein Gold. Hm, gut. Geh zu Wilson und sag ihm, dass ich ihn in Kürze aufsuchen werde. Aber ich warme dich. Zu keinem anderen ein Wort. Ist das klar? Klar. So, und jetzt geh. Schönen Tag noch. Donovan, ich habe Neuigkeiten für dich. Nee, Spaß. Aber Slane werden wir natürlich davon. Lass uns mal was anderes reden. Ja, 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 ihr redet doch eh immer nur darüber etwas anderes zu reden.